Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 28. Oktober. Gut, wir beginnen dann wieder mit dem normalen Tagesschart zunächst. Wir haben hier am Vortag die untere Trendkanalbegrenzung erreicht, lagen im Tagestief bei 12.034 Punkten. Am Vortag konnten wir uns dann wieder etwas an vorarbeiten auf 12.063 Punkte, aber am heutigen frühen Mittwochmorgen notieren wir vorwürstlich wieder deutlich tiefer. Wir dürften wahrscheinlich wieder mit einem Gip Down eröffnen und notieren aktuell unter der Marke von 12.000 Punkten bei 11.980 Punkten ungefähr. Insofern dürfte es heute zu einem Bruch aus dem fallenden Trendkanal kommen und dies dürfte dann auch weitere Abwärtsdynamik generieren und daher dürften wir auch am heutigen Mittwoch dann vor weiter fallenden Kursen stehen. Wir machen dann weiter mit dem Tagesschart mit den Markierungslinien für den heutigen Mittwoch. Da befindet sich dann heute der Short-Bereich zwischen 12.050 und 12.100 Punkten und der Long-Bereich dann zwischen 11.800 und 11.850 Punkten. Wir notieren vorwürstlich bereits im Bereich von 11.950 Punkten. Insofern dürften wir möglicherweise am heutigen Mittwoch hier den Long-Bereich erreichen. Der DAX wäre in diesem Bereich enorm überverkauft. Allerdings befinden wir uns ja im Abwärtstrend hier. Der Kreis ist auch weiterhin rot und wir gehen mittelfristig von weiter fallenden Kursen aus, zu denen wir uns hier auch unter der 200. Tageslinie befinden. Und insofern sind Long-Positionen natürlich sehr spekulativ und sollten dann, wenn, nur kurzfristig eingegangen werden und auch schnell wieder verkauft werden. Die Short-Long-Linie befindet sich aktuell bei 12.450 Punkten, etwas über dem 200er EMA. Solange wir unter 12.450 Punkten bleiben, dürften wir dann weiter nachgeben. Und das große Bild schauen wir uns nun eben im Wochenschart an. Gut, im hier vorliegenden Wochenschart haben wir die hellgrüne Markierungslinie am Vortag knapp erreicht. Wir lagen bei 12.034 Punkten im Tagestief. Die Markierungslinie war bei 12.030 Punkten. Insofern hatten wir hier den Bereich knapp erreicht und sind dann aber letztendlich am frühen Morgen heute, wie erwähnt, dann nach unten durchgebrochen. Wir befinden uns aktuell schon deutlich unter der hellgrünen Markierungslinie und nehmen nun Kurs hier auf den 200er EMA im Wochenschart bei 11.875 Punkten. Nur knapp darunter befindet sich dann bei 11.840 Punkten auch die nächste Anlaufmarke mit der dunkelgrünen Markierungslinie. Solange wir also hier unter der hellgrünen Markierungslinie bleiben bei 12.030 Punkten, ist dann mit einem Rücklauf zu rechnen zur dunkelgrünen Markierungslinie bei 11.840 und erst über 12.030 Punkten würde sich dann neue Aufwärtsdynamik möglicherweise entwickeln können. Allerdings aktuell sieht es nicht danach aus, dass wir diesen Bereich hier noch nach oben überschreiten. Gut, abschließend dann noch ein Blick auf den Monatschart. Da sind wir nun im Monat Oktober mit starken Abgaben unterwegs und haben damit die Schwäche der Vormonate und die angenommene Top-Bildung hier der Vormonate bestätigt. Wir sind hier nun direkt an der oberen Begrenzung der Echemoke-Wolke. Die ist wichtig für den langfristigen Verlauf. Solange der Dachs darüber notiert, ist langfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Brechen wir aber hier nach unten durch, ist dann mit langfristigen Abgaben zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre natürlich hier dieser untere Fibonacci-Fächer. Da konnten wir uns in den Vorjahren bei Korrekturen immer wieder stabilisieren und dann wieder eine neue Aufwärtsbewegung einleiten. Ich bin gespannt, ob das auch diesmal so funktioniert, weil wir hier mit dem Verlaufshoch bei 13.795 und dem Verlaufstief bei 8.255 sowie dann dem Verlaufshoch bei 13.460 Punkten eine Kette von fallenden Verlaufshochs vor uns haben und dann möglicherweise auch in Zukunft hier das Verlaufstief, dem Trend folgend hier, diesen übergeordneten Trend folgend, dann auch nach unten durchbrechen werden. Das ist nur eine Annahme. Wir werden sehen, wie sich der Dachs dann hier direkt am Fibonacci-Fächer verhält. Sollten wir hier bis dahin durchtauchen. Brechen wir dann unter den Fibonacci-Fächer durch, dann würde sich die Lage natürlich langfristig deutlich eintrüben und dann wären auch wieder Kurse hier am Tief um 8.255 Punkte möglich. Gut, und damit wären wir dann wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Mittwoch. Ich melde mich dann wieder am morgigen Donnerstag mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute viel Erfolg im Handel. Bis zum nächsten Mal.